Hi, hallo und willkommen zu einer ersten Runde der Fuhlendratschen Versuch zu Lachen Challenge. Ziel des Ganzen ist es, ich lese knapp 20 Minuten aus einem lustigen Buch etwas vor und derjenige, der am Ende am meisten gelacht hat, gewinnt. Also, welches Buch werde ich nehmen? Es ist ein Buch Versuch zu Lachen, des Unsterblichen, des Unnachbearmlichen und Unerreichbaren Phipps Asmussen. Der größten Legende deutschen Humors. Auch wenn ich wahrscheinlich niemals seine legendäre Komikhaftigkeit erreichen werde, werde ich vielleicht einige seiner Witze rezitieren und hoffen, dass ich wenigstens ein paar Grinse erzielen kann, auch wenn ich nicht die legendäre Wirkung dieses Komikers entfalten werde. Möge er uns noch lange erhalten bleiben. Nun denn, wollen wir doch gleich einmal anfangen. Ich schlage das Buch auf, mich begrüßt es. Das sind die besten Witze von Deutschlands Humoristen Nummer 1, aus dem Möweg Verlag. Da kann ich natürlich nichts gegen sagen. Es ist bereits 23 Jahre alt. Und dann wollen wir doch mal anfangen. Nummer 1. Da und diese Fragerei nach meinem Führerschein, Herr Wachtmeister. Haben Sie ihn nun bei sich oder nicht? Wie soll ich ihn bei mir haben, wenn die Polizei ihn immer wieder abnimmt? Weiter geht's. Darf ich zu meiner Sexparty einladen? Gerne doch, aber machen Sie sich um Gottes Willen keine anderen Umstände. Sie wollten unbedingt dünner werden, sagt die ranke Sportlehrerin zum fülligen Professor. Ach was, erwiderte der gelehrte Mann. Ich bin in Ehren dick geworden und Ihnen wünsche ich das Gleiche. Nun, Mary, erkündigt sich die Lady beim Hausmädchen. Jetzt sind Sie schon ein halbes Jahr bei uns. Haben Sie sich denn schon eingelebt? Oh ja, mein Lady. Es gefällt mir sehr gut bei Ihnen. Wen haben Sie denn am liebsten unter uns? Sie, mein Lady. Und dann kommen diese Kinderchen. Und wann kommt mein Mann? Meistens kurz nach Mitternacht. Ich habe eine glänzende Idee, sagt der Regisseur zum Hauptdarsteller. Wir lassen die Premiere des neuen Films in einem Flugzeug hoch über den Wolken stattfinden. Und was versprechen Sie sich davon? Da kommt wenigstens keiner auf die Idee, den Saal vor Schluss des Films zu verlassen. Muss man auf sich wirken lassen. Sagt der Polizist auf der Straßenkreuzung zur blonden Moni. Verschwinden Sie, Sie haben nichts zu winken. Sie tun's doch auch. Aber ich gebe Verkehrszeichen. Tu ich doch auch. Gerti erzählt stolz ihrer Freundin. Du, ich habe einen neuen Typen kennengelernt. Zahnarzt ist er. Mensch, ist er feurig. So, meint die Freundin neidisch. Dann pass mal auf, dass er dir keine Füllung macht. Sagt Onkel Herbert. Ich würde meiner Frau niemals erlauben, einen Hausfreund zu haben. Aber ihre Frau hat schon einen. Ich weiß, aber erlaubt habe ich es ihr nicht. Jetzt mal zwischendurch. Was ist ein Hausfreund? Ich kenne ein Haustier und ein Freund. Ist das eine Fusion? Hannemann bekämpft eine Fliegenplage mit einer Fliegenpatsche. Wie viel hast du schon erledigt? Fragt seine Frau. Elf, sagt Hannemann. Drei Mönchchen und acht Weibchen. Wie würdest du das so genau wissen? Drei saßen auf dem Bierglas und acht auf dem Spiegel. Das ist Gesellschaftskritik. Denk mal drüber nach. Ein furchtbarer Sturm hat das Garagendach eines Bauern zerstört. Was willst du jetzt mit dem verbogenen Wellbrechtdach machen? Fragt sein Achtbar. Ich schicke es einer Autofirma, erwiderte das schlaue Bäuerlein. Die werden mir sicher noch irgendwas gebrauchen können. Nach zwei Wochen kommt ein Brief von den Autowerken. Bestätigen den Empfang ihres Autos. Reparatur wird drei bis vier Wochen dauern. Eine Frau steigt in die Straßenbahn, nimmt ihr Glasarger raus und wirft es ein paar Mal in die Luft. Fragt ein anderer Fahrgast erstaunt. Warum machen sie das denn? Ich habe nur nachgesehen, ob in der hinteren Reihe noch ein Sitzplatz frei ist. Ein Mann wird von einer Straßenwalze plattgefahren. Irgendwer muss der Witwe die Traubotschaft überringen. Der raue Jim meldet sich. Als der jungen Frau gegenüber steht, stottert ihr. Mögen sie Briefmarken? Und wie, strahlt sie. Ich sammle sogar. Dann ist ja alles okay, sagt der raue Jim. Ihr Mann ist jetzt einer. Rita besucht den Freund zum ersten Mal zu Hause und fragt ihn. Schatzi, liebst du mich? Gleich, antwortet er. Ich muss noch schnell die Tür abschließen. Ein Mann steht am Brötchenautomaten und wirft eine Mark nach der anderen auf den Schlitz. Als er schließlich elf Brötchen hat, fragt ein Mann, der neben ihm steht. Meint sie nicht, dass bald genug haben? Wieso? antwortet der andere. Soll ich etwa mitten in der Glückssträhne aufhören? Der Ringrichter ziert. Eins, zwei, drei. Joe! Flüstert der Trainer dem Boxer ins Ohr. Steh nicht vor acht auf. Okay, stöhnt der Angeschlagene. Wie spät ist es jetzt? Meine Frau war gestern so heißer, dass sie kein Wort herausgebracht hat. Donnerwetter, bitte verraten sie mir, wie sie das fertiggebracht haben. Tja, er hat sie einfach nur reden lassen. Und reden. Und reden. Bei Hypnos war vor allem ja ein Baby angekommen, aber ich habe es noch kein einziges Mal schreien gehört. Ist das nicht seltsam? Nein, wieso? Wenn es etwas braucht, schaut es seine Mutti nur durchdringend an. Die Markt-Zensi und der Knecht Sepp bringen eine Kuh auf den Markt und gehen durch einen dunklen Wald. Zensi wird plötzlich ganz still. Fragt Sepp. Was bist denn so stark, Madl? Ich habe Angst, dass du mich bedrängst und vernascht, Seppel. Geh weiter, dies kann ich doch nicht. Ich muss doch die Kuh im Strick ganz festhalten. Ja, mei, die könnte ja so lange ein Baum festbinden. Drei Männer spielen Skat. Ein vierter guckt zu. Sagt der nach einer Weile. Es geht mich ja nichts an, meine Herren. Aber wo ist der schwarze Peter? Der ist nach Hause gegangen. So wie ich gleich. Denn ich beende den Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst mir doch bitte ein entsprechendes Feedback da, falls ihr wollt. Über ein Like und Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. beziehungsweise hören uns. Bis dahin und Tschüss.